So, fertig gedroschen ist. Und wir haben sogar Fähigkeiten bekommen. Handwerkliches Wissen. Koch. Dann gehen wir mal auf Koch. Und Technologie. Mehl können wir machen. Was haben wir da jetzt rausgeholt? Wir haben 122 Rockenkorn und 122 Stroh. Das hat sich gelohnt. Genau, Steinkind. So sieht es nämlich aus. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das Stroh war auf jeden Fall schon mal gut. Und Rockenkorn, ein Handwerks- und Kochressource. Kann auf dem Trittschleuner Scheun hergestellt werden oder gekauft werden. Kann im Herbst gesät. Die Frage ist... Hallo, Leo Bolder. Hast du hier alles im Griff? Scheint so, ne? Ach ne, das hab ich ja gar nicht hier. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht belästigen. Ich hab immer einen guten Tag, Tequila. Ich hab immer einen guten Tag. So, wie viel Rockenkorn haben wir denn noch? Wir haben keinen Rockenkorn mehr. Pass mal auf dann. Legen wir mal 30. 30. Rockenkorn auf die Seite. Wir haben noch 10 Dünger. Jetzt ist die Frage, machen wir Mehl? Wäre schon sinnvoll, Mehl zu machen, ne? Ähm, noch nicht allzu viel. Aber wir haben schon mehr Einwohner. Also, es geht voran. Es geht voran. Die Frage ist jetzt... Das einzige, was halt wirklich... Wo du haushalten musst, ist mit Geld. Ähm, ne, Fähigkeit... Ne, Technologie muss ich. Scheune. Mehl. Kost 50. Komm, das investieren wir. Wir craften hier mal... Elf Mehl kriegen wir da nur raus. Boah. Ist gar nicht so viel, ne? Aber wir können jetzt gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Also, das Frühjahr wird jetzt draufgehen, eigentlich nur Geld scheffeln, um Dünger zu kaufen, um die Felder zu bestellen. Um dann mit der Ernte richtig Geld zu scheffeln. So ist mal der Plan. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Ich finde das Spiel so entspannt. Das ist richtig nice. So. Wir haben Mehl. Eier, Mehl, Korn. Was kommt jetzt? Guck mal, elf Mehl. Da haben wir sogar noch mal vier Roggenkorn. Was kann ich denn jetzt mit Mehl alles kochen? Jetzt weißt du ja, wie es geht. Die Frage ist, was weiß ich, wie es geht? Und wo brauchen wir eigentlich Mehl? Ach, guck. Wir könnten mit Roggenkorn könnten wir Haferschleim kochen. Ne, lecker. Aber kein Mensch weiß, für was wir das Mehl eigentlich brauchen, ne? Und was kostet das, wenn wir es verkaufen? Zehn. Da kriegen wir garantiert wieder nur fünf. Okay. Die Sense kann hier rüber. So, was brauchen wir denn jetzt nicht? Hölzerner Speer. Ja, komm, gib mir mal die Hacke rüber. Beide. Die Tasche und den Dünger. Zack. Wir fangen hier an. Hallo Stein. Da, 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 da. Da, 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 da. So, wo sind wir zu Hause? Hier sind wir. Die mal auf die vier, bitte. Ach ja, genau. Die Tasche brauchen wir auf der Eins. Ich habe doch vorhin gesagt, die funktionieren hier nicht. Noch nicht. Die Sounds. So, pass auf. Wir brauchen Dünger. Alter, da brauchen wir richtig Asche, ne? Um die ganzen Fäller, die ich hier angelegt habe, zu düngen. Das war's schon. So. So. Können wir gleich mal abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ja, wie zähle ich denn das jetzt am Geschick dessen ab? Zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreinzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechundzwanzig, siebzehn, siebzehn, achtundzwanzig, neunundzwanzig. Na ja, sagen wir mal, round about 100. 29 round about 100. Weil der Kalle so ein Matheass ist. So. Was pflanzen wir denn da? Kohl? Oder doch lieber Karotten? Ne, mit Karotten können wir, glaube ich, besseres Zeug machen, ne? Und das zuallererst mal Karotten. Sehen. Weizen, Hafer. Warum kann ich denn jetzt Hafer? Ja, geht ja gar nicht. Ich hab ja null. Ja, das wird mir nur angezeigt, was ich alles... Karotten hätte ich gerne hier. Dann müssen wir gucken, was wir an Steuern abdrücken müssen. So, dann haben wir das wenigstens schon mal. Gut. Das rüber. Die Tasche rüber. Passt. Jetzt mal gucken. Steuern zahlen. Was, 400 Münzen will der? Für was denn, Alter? 400 Münzen? Ich glaube, dass der trinkt. Weißt du was? Gib mir mal die Beeren. Die können wir verticken. Fliegenpilz verkaufen wir. Röhrenpilz verkaufen wir. Speisemorchel. Das Trockenfleisch verfällt eh demnächst auch. Gib mal alles her. Das verkaufen wir alles. Und ist das Johanniskraut jetzt immer noch gestohlen? Oder? Ja. Das können die immer noch feststellen. Natürlich. Ach, hier wäre noch ein Eimer gewesen. Jetzt haben wir hier schon wieder 20 Eisenpfeile. Was craftet denn der eigentlich hier die ganze Zeit rum? Weiß man nicht, ne? Der macht halt hier so ein bisschen Action. Macht der einfach nur Messer? Oder was baut der da jetzt rum? Weiß man gar nicht so genau, ne? Boah, 400 Gold. Sind ja 800 Mark. Für ein bisschen Steuer. Waren schon damals Halsabschneider. Waren schon damals Halsabschneider. Naja gut, dann müssen wir halt mal wieder ein paar Beeren sammeln gehen. Sowas nennt sich Frühling. Guckt ihr das Wetter machen? Tiertchen wollen wir ja auch irgendwann haben. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Da ist er drin. So, und du willst 400? So, du kriegst erst mal einen Fliegenpilz verkauft. Am meisten geben halt tatsächlich Beeren, ne? Mehl verkaufe ich dir auch. Für 44. Und einen Stein kriegst du auch. Jetzt könnten wir uns das theoretisch leisten. Das machen wir jetzt auch so. Steuern haben wir gezahlt. Wie verlangt? Das bedeutet für uns jetzt aber erstmal... Beeren sammeln gehen. Weil wir brauchen Dünger. Weil wir brauchen Dünger. Eddie. Eddie. Ach, den treiben wir jetzt mal hoch auf 100%, oder? Tschüss, Eddie. Ha, Eddie und ich sind jetzt ganz dicke. Eddie und Johnny sind so, versteht ihr? So. So richtig dicke. So, wo sind denn hier die Beeren? Haben wir jetzt nicht eigentlich von dieser anderen, von dieser Hauptquest? Haben wir doch jetzt eigentlich... Achso, da brauchen wir keine Wildschweine. Natürlich brauchen wir keine Wildschweine. Hier sind Beeren. Die un... Unreifen Beeren geben ja auch... Geben auch ein... Eins pro, oder? Mich macht A grad fertig. Mauerbau ist ätzend. Ja, kenn ich. Wenn man sich nicht selbst bescheißen will und nicht cheaten will, ne? Dann kann Mauerbauen schon extrem sein. So. So. Na ja, wenn wir jetzt zweimal Beeren holen, dann müsste man wieder um die 500 haben. Dann könnten wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Dünger besorgen. Dann müssen wir halt durch. So ein bisschen... Ein bisschen sammeln. Aber wie gesagt, das ist ja das Geile an dem Spiel, was mir so gefällt. Dass du das jetzt hier nicht einfach nur sinnlos einsammelst, sondern du kriegst ja Skillpunkte. Das ist das, was bei manchen Spielen fehlt. Ja, den Stock nehmen wir auch. So, was haben wir denn an Beeren? 183. Alles Standard bauen. Hm. Kein X... Kein S+. Nicht mal die Mod habt ihr drauf. Alter. Hardcore-Arc-Spieler. So, den haben wir jetzt ziemlich abgegrast hier, ne? Jo. Die sind leer. Oh, ich hab sogar eine Errungenschaft bekommen gerade. Ein Achievement? Vielleicht laufen wir ja beim Bären sammeln auch irgendwie den einen oder anderen Tierchen über den Weg, die wir eh noch brauchen für die Quest. Hm. Hm. Oh, eigentlich alles super. Heute ist Mittelalter. Können wir gerne am Freitag drüber quatschen. Steinkind. Freitag gibt's wieder ARC. Geht's mit dem Event weiter, was Mr. Drake und Sohnemann für mich gebastelt haben. So. La, 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 la. Was hier so stupide aussieht, ist es auch. Stupides Bären sammeln im Mittelalter. Da, la, 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 la. Ja, absolut, Steinkind. Und das Geile ist, dass der Drake halt wirklich so viele Ideen hat und so eine Fantasie und das ist einfach nur geil. Also das ist wirklich wie wenn du mit diesen Storys, die der da bastelt, ähm, wie wenn du halt wirklich so ein fertiges Spiel spielst, ne? Das macht echt Spaß. Ich freu mich da auch schon wieder auf Freitag. Da geht's dann zwar größtenteils jetzt, ähm, um Tiere zähmen und so weiter, aber halt alle regulär, ohne irgendwelche Mods. Bin ich mal sehr gespannt. Muss ich mich noch informieren, wie man die eigentlich alle zähmt. So, wie viele Bären haben wir denn? Och, guck, fast 500. Und die sind auch alle wert 1. Ich hoffe, die geben auch alle 1. So, pass mal auf. Stein raus, Stock raus. Brauchen wir nicht. Die 500 kriegen wir voll, oder? Ohne, dass wir überladen sind. Ah, jetzt sind wir überladen. Shit. Multifed, grüß dich. Ähm. Halt, Stopp. Andere Richtung. Da geht's lang. Der. Da geht's lang. So, laufen wir gemütlich zurück. Verkaufen die Bären. Wir kriegen jetzt auch ein Goldstück pro Bären. Pro Bären. Pro Bäre. Nicht Pro Bären. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Oh, Pilze. Jetzt guckt ihr das Sauwetter an. Sowas nennt sich Frühling. Das ist ja wie im Real Life. Na? Eddie! So, da ist der erste Händler. Den verticken wir jetzt die Bären. Na, Kuh? Liegst im Boden. Zeig mir deine Waren. Oh, der hat nur 850. 400, 700. Ah, tatsächlich. Zack. So, pass mal auf, Digga. Bei dir kann ich auch gleich Dünger kaufen. Boah, wir können den kompletten Dünger kaufen. Das ist ja nice. 66 Dünger. Boah, cool. Ähm, darfst du, darfst du machen. Ausnahmsweise darfst du das steigen. Multifett, ich nenn dich jetzt Wolle übrigens. Multifett klingt dumm. Ich nenn dich jetzt Wolle. Wolle. So, also wir müssen jetzt da halt mal komplett überladen, zurücklaufen. Das hilft nix. Aber dafür haben wir jetzt den Dünger für alles, Freunde. Für alles. Wo ist das hier nicht so예rscht? 都 gep